hallo meine lieben willkommen zurück zurück es ist ein uhr nachts der fünfte jubel ist 5501 sommer wir haben ein tierschmutz problem wir haben aber stroh warum liegt hier stroh heukas haben wir und ich hoffe einfach dass wir das heukas mal hinkriegen wegkümmert weg immer hier mal ein heukas baum oder baumvolenten okay hier haben wir noch sachen die wir mal dann bauen möchten irgendwann mal aber dazu brauchen wir strahl gebrauchen für alles was wir jetzt machen mit brauchen wir stahl okay und dann müssen wir einfach gucken reispflanze ob wir da nicht dann wir können wir gar nicht hat sich schon erledigt wir können mal rauchblatt uns besorgen weil dann machen wir alten tobi und das beste graus im westen alter sind die wieder zugange wundervoll sozial wie sieht es aus und das ist ehemann super sohn aber ihr seid alle so super sie sprachen über gauner sie sprachen über pemmikan was gibt es über pemmikan zu reden keine ahnung okay war es mein kumpel was machst du forschen gut hier sieht es auch aus wie sonst noch was wir müssen unsere und wir müssen diese karawane jetzt mal machen aber wir können das nicht zur erntezeit hier machen sonst haben wir echt ein problem leute sonst haben wir echt ein problem die baut baumvolent es sollte einfach mal wieder jemand vom himmel fallen kann das so schwierig sein dass jemand vom himmel fällt müssen wir noch hinkriegen oder element guten morgen entfernte tierschmutz ja ist schon auch in ordnung ist schon auch recht aber trage ne trag mal das holz weg und dann trage man die kartoffeln weg total und sollten wir auch ein bisschen europäer mit mutter anschaulich fortschritt wir können eier wir können eier holen was was wo bist du was sehen wir den total das alles steht entlegen wir brauchen wir brauchen total eier mein gott wie cool ist das denn oder hat er irgendein geschert geschworen sieht nicht so aus esel also wir haben jetzt hier richtig richtig was was hier nährwertwachstum also wir können auch noch mehr leute hier rein noch noch mehr viel hier reinholen wir brauchen aber noch ein paar schlafstätten glaube ich das brauchen wir tatsächlich wir haben sechs alpakas und sie haben ja auch viele kinder bekommen das muss man ja auch sagen da können wir mal lang haben es halt schon an wir können dann auch langsam mal sagen okay schlachten ja ich weiß ich weiß aber heute müssen doch mal was schlachten oder maske mein freund frisst nicht so viel frag mal die kartoffeln weg okay fragt man die und ihr baut halt halt ja wir haben es halt auch mit den heilpflanzen übertrieben ein bisschen gibt es jetzt schon ein bisschen heftig aber ist ja nicht die ganze zeit so wir können dann im winter zum beispiel ja können wir hier ganz ordentlich an den anderen sachen arbeiten jetzt ist halt gerade die erntezeit und wir möchten ja nicht aufgehen wir haben 886 kartoffeln reisbeeren aber nicht so viele ok und hopfen also hopfen geht uns auch nicht aus wir brauchen da auch gar nicht so viel hopfen wir können die hopfen pflanze hier können wir dann mal weglassen wie viel fläschchen bier haben und zweimal aber wenig ist aber wenig maske was machst du trägt reis zur lagerzone dann befüllen mal die beiden gärbottiche hier wir brauchen stahl alles klein deswegen holt der element holt er jetzt stahl und was macht harry erntet heilwurzel erntel 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 mal die heilwurzel es geht ab leute es geht ab welches blut ist das hier blut von musky na gut er wurde ja auch mal mehrere mal gebissen er macht jetzt hier die bier geschichte voll sauber so viel haben wir jetzt aber auch hier auch nicht gehabt oder ein bisschen bierwürzel mischen noch mal dann machen wir zehnmal bierwürzel temperatur in dem raum ist minus 3 gut das minus 3 ist gut ja ja schade dass unser lieber carl gestorben ist dieser carl warum können wir nicht die sachen hier verbrennen frage ich mich sein ich möchte dass er es einfach verbrennen das ist doch schon nicht so schwierig was ist eine bio kodierte kleidung leute und es kommt hier nur saubere kleidung verunreinigte kleidung händler werden das nicht kaufen verbrennen doch irgendwie beliebige arbeiter nö maskis job ist es das zu machen nicht nicht gestoppt gestoppt das machen wir ganz nach oben jetzt verbrennen doch die kleidung junge man ok maski säuft ein bisschen bier das ist klar und kocht aber schön ja leute jetzt mal es ist es ist gut wieder ich bin wieder drin da kommst du auch gar nicht raus hier bei diesem verdammten kleinen spiel alter das macht mich kaputt element was machst du du bist fleißig fleißige stahl abbauerin finde ich cool entfernt tierschmutz ja ist natürlich auch gut dann baue mal die stahlreste ab baut heilwurzel an ja wir brauchen mehr stahl was erforscht ich würde sagen ich mache auch mal stahl wir müssen jetzt uns um den stahl kümmern wie geht es dem truthan mhm einfache mahlzeiten muss man auch mal küche leicht verschmutzt geht 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 dann hol aber mal das holz dann zwei holz na gut besser als nichts und dann ernte mal die eiche also hier oben jetzt ja halt nein wir wollten bauen wir wollten immer so bauen architektur wir wurden eine struktur bauen und zwar eine runde gar nicht wir wollen auch volle zone bauen nö 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 n Keine Ahnung. Schwierig Leute. Schwierig. Wir machen Reis. Wir haben auch wieder so viel Reis. Können wir nochmal ernten. Das wird eh gleich hier voll sein. Wir machen die Zone hier weg. Zone. Die Zone hier verkleinern wir. Und zwar um das hier. Die muss verkleinert werden. Das geht gar nicht. Okay. Die Pflanzen hier entfernen wir. So machen wir das. Ja, komm weg. Jetzt muss halt weg. Dann trag mal die komplette Kräutermedizin weg. Wie viel Kräutermedizin haben wir denn? 22. Jetzt auch nicht so viel eigentlich. Aber hier wird die Karawanserei starten. Und Harry erntet den Reis. Sehr gut. Na perfekt. Was machst du jetzt? Ernte Teilwurzeln. Oh Gott. Na ernte mal. Das ist okay. Leute ihr habt hier schön Stahl abgebaut. Habt ihr ja gut gemacht. Was geht spazieren glaube ich nicht. Trag mal den Stahl weg mein Lieber. Ja. Und Element entfernt Dreck auch gut. Jetzt brauchen wir noch Stahlreste ab. Ah. Der zweite Stahlrest wird wohl ein bisschen blöd sein. Machen wir nur einen Stahlrest. Hast du schon? Haben wir ein Nashorn? Ne. Das ist ein Stier. Okay. So halt. Was wir jetzt aber meinen. Ich schaff das einfach nicht. Also ich schaff das nicht. Diverses Hochzeits, Partyplatz, lange Stähle. Eine Eierkiste. Ist ja witzig. Tiere werden versuchen ihre Eier hier hinein zu legen. Na klar. Machen wir dann eine Eierkiste hin. Eigentlich brauchen wir ja zwei. Du kriegst ja eigentlich kein Ei aus einem Huhn ohne Hahn oder? Aus einem Truthahn ohne Truthhenne. So, jetzt stopp! Wir sind immer noch nicht so weit. Ähm. Ich seh's halt alles nicht. Wisst ihr was ich muss? Hier. Nee, Schlachtplatz. Nee, 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 nee. Brauchen wir alles nicht. Trichter. Aha. Produktion. Nein. Zone. Nein. Befehle. Blödsinn. Möbel. Ist hier Platz? So, da haben wir jetzt hier Plätze, ok, und Maski, der alte Schnäppsler, sauber, der macht mal jetzt hier schön Bier, schaut gut, und was, schleppt immer noch den Stahl weg, voll gut, Element, trag anschließend, Stahl weg, ok, passt, schon wieder 21 Uhr, meine Güte, wir hatten einfach nur Spaß hier, baut Heilwurzel an, ja, ist ok, trag mal dann lieber die Kräutermedizin weg, und du trägst dann auch wieder die Kartoffeln weg, gut, also da kriegt man hier doch einiges raus an der Kräutermedizin, Maski mischt Bierwürze, ja, was man nicht alles tut, hier haben wir 26 Grad, alles klar, es geht doch nichts über das Geräusch von Bierwürze am Abend, oder? Das hier war das Schlafzimmer, was macht dann bitte mal das Trockenfutter anschließend aus deinem Bett, weil da schläft es sich halt immer so körnig, also hier müssen wir ja auch mal ein bisschen weitermachen, Marmorbrocken, was macht denn der Marmorbrocken hier unten, Langschwert herstellen, Plattenrüstung herstellen, die können wir halt auch mal herstellen, da haben wir den Elektroschmelzofen mit Metallschrott, perfekt, da haben wir den Nähtisch, Werkzeugschrank, Künstlerwerkbank, da haben wir jetzt auch noch nichts gebaut, können wir doch mal eine kleine Skulptur herstellen, das Schlafzimmer, oder? Ja, wer ist denn eigentlich unser großer Künstler? Kunst? Ok, was nicht? Harry? Oh, Mask? Ah, was mehr? Wie spielt man das denn aus? Noverroa, Noverroa, also was mehr ist die Künstlerin hier im Haus, na dann? Ok, was? Noch Rappen essen, und Element noch, ja, die muss noch ein bisschen Gas geben, wie sieht es aus, mit Bedürfnis, Erholung auch schlecht. Ja, lebst du noch? Oh Gott, komm, geh dich ausruhen, morgens auch noch einen Tag. Meine Liebe, morgens auch noch einen Tag, die Tiere schlafen alle schon, das merkt man gar nicht, wie das hier eskaliert, und immer mehr Tiere hat, Wahnsinn. In dem Morgen versuchen wir wieder dann den Truthahn zu zähmen, da ist er, den werden wir versuchen zu zähmen, vielleicht machen wir auch mal wieder einen Kampf, wäre ja auch nett, wir brauchen einfach ein bisschen Fleisch. Wir haben hier wundervoll Pemmikan, oh ja, Pemmikan ist richtig sexy, das haben wir, und wir haben hier unsere gute Kräutermedizin, ähm, ja, er schläft, hier Element schläft auch, Element hat gar kein Licht, das ist nur mal die Fackel dann, aber die Fackel können wir eigentlich auch abreißen, die kriegt auch ein richtiges Licht. Strom, ne, diverses, ne, wo ist das Möbel? Eine Stehlampe. Neben die Heizung, finde ich gut. Das ist klar, hier haben wir auch eine Lampe, aber ich glaube, die ist schon ein bisschen zu weit weg sogar, die wird man vielleicht hier hin machen, und die Lampe, die wird neu montiert, ähm, wir sind vielleicht hier, ne, vielleicht hier, dass man auch mal die Würze nachts mischen kann, ja, so machen wir das, okay, cool. Leute, wir schwulen vor 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, und dann beim ersten Ahnen schreien, ja, im wahrsten Sinne, ah, Maske sind wach, warum? Tja, warum? Harry, was machst du, baut Reis an? Ja, das braucht man eigentlich, um ehrlich zu sein, warum wird eigentlich noch mal Reis angepflanzt. Braucht man keinen Reis. Da könnte man eigentlich mal Erdbeeren pflanzen, oder? Das ganze Ding hier machen wir Erdbeeren pflanzen. Okay, und jetzt Harry baut, ja, lass doch mal die Pfoten weg von dem Zeug, das ist auch schon so gut wie gewachsen hier. Komm, trag mal die Kartoffeln weg. Trag mal die Kartoffeln weg. Maske, was machst du, mein Freund? Gut sich, was? Erholung? Echt, jetzt? Ihr habt die Nacht wieder, ihr habt das einfach übertrieben. Ihr habt es mal wieder übertrieben in der Nacht. Die Kartoffeln sind auf jeden Fall richtig ergiebig, das ist gut, das macht Spaß. Das ist geil, die Erdbeeren hier. Ja gut, die haben schon ein paar Früchte. Erdbeeren ist auch sowas undankbares irgendwie. Da passiert nicht sehr viel. Sprühe mal ein bisschen vor, bis die aufwachen. Was mehr? Meine Liebe, die konsumiert Mahlzeit. Sehr gut. Ähm, nochmal ganz kurz gucken, Bio. Kunst 5, meine Liebe. Ente Teilwurzel glaube ich nicht. Du wirst mal hier im Kunstwerk das Holz jetzt machen. Mhm. Und eine künstlerische Ader ausleben. Passt. Was schläft danach, oder? Also hier schön. Den Truthahn zähmen. Perfekt. Perfekt, Leute. Spul ein bisschen vor. Oh ja. Harry spielt Hufeisenwerpen, glaube ich, nicht so sehr. Mach die Heidelwurzel weg. Achso. Mach hier die Heidelwurzel weg. Besuchergruppe, wer kommt denn? Ambersbund. Okay. Oh, der Krokodil und Fledermaus kommen zu uns. Ja, meine lieben Krokodil. Oh. Junge. Klasse. Was seid ihr für gute Leute? Können wir die nicht irgendwie... Können wir die nicht irgendwie hier... Rekrutieren? Rekrutieren? Wollen wir doch irgendwie hinkriegen. Dass wir die rekrutieren. Naja, okay. Was zimmt den Truthahn? Ja komm, Truthahn. Put, 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 put. Maski konsumiert einfache Mahlzeit. Na gut. Könnt ihr aber auch mal das Holz, das ich hier irgendwo gesehen habe, einsammeln. Und hier wächst's. Wie verrückt. Harry macht den Dreck weg, alles klar. So, komm. Nee, komm, jetzt mach mal das Blut weg. Okay, und dann Tierschmutz. Ja sorry, muss man auch mal machen. Muss man einfach auch mal weg machen. Und das ist auch beschissen oder so. Okay. So. Und danach Stahlreste. Alles klar, Leute. Es wird's. Was? Trainiert Eichhörnchen? Nee. Glaub ich jetzt auch nicht unbedingt. Nein, wir suchen uns wieder mal was zum Jagen. Hase, Eichhörnchen. Gibt ja hier einiges. Stute. Stute und Hengst, Leute. Echt jetzt. Wir könnten ein Muffalo. Jetzt aber richtig viele Stuten und Hengste. Wir haben noch einen Truthahn. Wir könnten den auch mal zähmen. Ja, Leute. Wir könnten den auch mal zähmen. Nee, wir suchen uns jetzt ein schönes Wildtier. Ein Wildschwein. Wildschwein sieht gut aus. Ähm. Jagen wir. Aufgabe beendet. Kleine Skulptur erstellen. Ja, perfekt. Wo ist die kleine Skulptur? Hier. Diese Schlitzerei handelt von einem Horn. Wenn man die Augen zusammenkneift, offenbart die horizontale Komposition das Bild umrisse von Wieseln. Ja, cool. Sie geht jetzt das Wildschwein jagen. Stopp. Du machst hier mal gar nichts. Wir gucken nicht mal an. Fernkampf. Fege Amateur. Und sie lernt dabei ein bisschen. Ein Wildschwein hat keine. Hat keine Ambition zurückzuschlagen. Okay. Ich möchte nicht noch mal zum Drama erleben, wie es damals war. Mit Carl. Hier ist es schon. Daneben. 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 Was macht sie jetzt? An der Reispflanze. Ach, die sind gegangen oder was? Echt jetzt? Die könnte einfach rausgehen, dann ist es erledigt. Okay, ist ja witzig. Sie ist halt schon brutal schlecht, gell? 3, 6, 72. Äh, 32. Ah, gell, sie lernt da schon. Okay, also wenn sie so lernt, dann ist ja okay. Dann kannst du auch gleich das Eichhundchen jagen danach. Und den Hasen. Da passiert auf jeden Fall nix. Das ist in Ordnung, das kann sie so machen. Ähm, gut und bald wird sie auch auf Level 7 sein, immerhin. Komm, jag mal den Hasen, Sirs. Oh Gott, oh Gott, was mehr? Komm schon, aus der Entfernung. Gib alles. Gib alles. Oh Gott. Uh, das war zwar auch daneben, aber okay. Okay. Passt. Passt, was mehr. Gut gemacht. Super gemacht. Was hat denn Troutan, ey? Wir werden Eier essen bald. Oh Gott, Leute, wir werden Eier essen. Es wird gut. Es wird gut. Okay, Maske, mein Freund. Misch Bierwürze. Ne. Handle mal mit Krokodil, dem Händler danach. Nach der Bierwürzengeschichte. Harry, eine Ernte-Teil-Würzel glaube ich nicht. Wie ungünstige Temperatur von Gerd wollte ich was. Wir haben hier 32 Grad. Und was ist die gute Temperatur? Bis 32 Grad ist doch okay. Leute, ist doch. Ist doch gut. Was für eine Temperatur haben wir jetzt hier? 21 Grad. Machen wir mal ein bisschen auf. Machen wir mal so. Achso. Das klappt ja nicht. Klar. Klar klappt das nicht. Kräutermedizin. Wow, die ist wertvoll. Die ist richtig wertvoll. Voll gut. Aber da unten, das wollen die alle gar nicht kaufen. Die ist kleine Skulptur aus Holz, würde ich kaufen. Das wäre ganz gut. Komm, die geben wir ihm auch mal. Er würde auch den Cowboy-Hut aus Kamelhaut kaufen. Okay, Stammeskopftuch. Nicht. Gladius aus Stark. Kriegst du auch nicht so viel drauf davon. Wir verkaufen mal noch ein bisschen Bier. Und Kräutermedizin. Wie viel Kohle hat er denn? Er hat nur 131. Oh. Dann machen wir so. Hat er irgendwas, was wir gerne hätten? Er hat Pemmikanen. Brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Der hat eigentlich gar nichts. So, machen wir das. Mask gemischt Bierwürze. Er hat 32 Grad, Leute. Nein, Maski. Als allererstes, diese Baustelle hier. Sonst bringt uns das nicht weiter. Leute, es bringt uns nicht. Bringt uns nicht weiter. Und Harry. Erntet Heilwurzel. Ah, da oben bereit zum Ernten. Na, gehört Element. Entfernt Dreck. Nein. Ernte mal mit Maski zusammen die Heilwurzel. Der Mais wird langsam. Cool. Was? Spielt Hofeisenwerfen? Aber. Wir haben die Sachen hier umgestellt schon. Nochmal denn die Stehlampen. Also Strom. Müssen wir uns gar keine Säugen machen. Alles. Optimal. Optimal. So. Gucken wir mal Aufgaben. Machen wir mal zwei kleine Skulpturen, was mir Jagd will. Scheint. Junge, bist du jetzt schon aufgestiegen? Ja, Level 7. Bihihi. Und getroffen. Komm. Ah, so ein schlechter Profi ist sie immerhin. Aber sie wird langsam. Ich finde das ganz cool, wenn die Jagd. Und wie sie alles verblutet ist. Das war ja wohl gerade noch mehr Treffer als vorher. Junge. Was mir? Da bist du so fertig. Muss ich das jetzt von Hand machen? Oder was? So. Junge. Das ist echt brutal. Brutal. Geht gar nichts. Aber die lernen schnell. Das ist ganz ordentlich. Ah, sie hat ihn erwischt. Aber der ist, glaube ich, einfach umgekippt. Naja. War das gut. Oh, Maski. Fähigkeit Konstruktion zu niedrig. War es Forst. Bau dieses Kühlding fertig. Und dann ist für heute okay. Alles klar. Harry schläft schon. Ganz ehrlich. Mach noch schnell den Reis weg. Und den Stoff. Und dann ist okay. Dann ist sie auch erst 20 Uhr. Also geht noch ein bisschen. Da geht noch was. Und war es Konstruktion. Stufe 11. Das finde ich halt auch richtig geil. Wenn das so hoch tickt einfach. Dann weißt du genau Bescheid. Ja, dann weißt du richtig Bescheid. Das ist gut. Das ist cool. Ja, aber läuft Leute. Läuft. Jetzt haben wir doch mal eine Temperatur hier drin. Also, dann können wir wieder hoch gehen. 21 Grad ist gut. Was ist unsere Temperatur hier? 7 bis 32 Grad. Ja, perfekt Leute. 21 Grad. Jetzt sind wir hier auch innen. 21 Grad. Na also. Klasse. Trittholz zur Eierkiste. Ja. Bau die... Nein. Ja. Ja. Und dann bau die Eierkiste, mein Freund. Bau sie gleich hin. Bau sie gleich hin. Komm, mach das. Und dann bau die Eierkiste hin. Element, meine Liebe, konsumiert leckere Mahlzeit. Wundervoll. Trag dann noch den Reis weg. Okay. Und dann... Ah ne. Harry, meine Liebe. Noch schnell. Die Piepen in Sicherheit bringt... Immer noch schnell. Wie so ein übeler Chef bin ich. Ja, komm. Doch, jetzt haben wir Feierabend. Noch eine Sache. Geht noch. Komm, eins geht noch. Ah ja. Eins geht noch. So sind sie halt. Die Herren... Gehen wir mal Architektzone. Ist wieder woanders. Der Schlachtplatz. Also Geerbottiche können wir vielleicht auch noch mal ein, zwei hinstellen uns. Geerbottiche. Eins, zwei, drei. Hier wird es, hier klappt das auch nichts unbedingt. Machen wir. Oder vielleicht hier oben. Ja, dann wird man mal das hier abbrechen. Okay. Und würden dann Geerbottiche hinstellen. So machen wir das. Ja, okay. Leute. Wieso neig jetzt ab? Wir hatten richtig viel Spaß. Wie immer hier. Unsere kleine Farm. Animal Farm. Nur, dass wir keine Kommunisten sind, Leute. Also. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge habt. Mehr verpasst. Versteht ihr? Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017